Hey, schön, dass du hier bist. Den richtigen Ausbildungs- oder Studienplatz zu finden, ist gar nicht so leicht. Deswegen zeigen wir dir heute unsere Ausbildungsberufe und Studiengänge bei Siemens Healthineers. Bei Siemens Healthineers zu lernen ist total sinnvoll, denn du arbeitest an etwas mit, was die Gesundheit der Menschen auf der ganzen Welt verbessert. Wenn du dich zur Technik interessierst, können diese Studiengänge genau das Richtige für dich sein. Schon während des dualen Studiengangs Medizintechnik bist du als Serviceingenieurin bei unseren Kunden unterwegs und lernst unsere Medizintechnikgeräte zu verstehen und zu reparieren. Als Elektro- und Informationstechnikerin gestaltest du elektronische Systeme und findest Verbesserungen für unsere Geräte und Produktionsprozesse. Du entwickelst mit uns die Medizintechnik der Zukunft. Du möchtest lernen, wie Elektronikgeräte um ganze Systeme in der Medizintechnik steuern? Dann wäre die Ausbildung als Elektronikerin bei uns genau das Richtige für dich. Du reparierst und hüpfelst gerne mit Technik aller Art und das am liebsten mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen? Dann komm in unser Team und starte deine Ausbildung als Industriemechanikerin. Mechatronik ist was für ein Rounder. Als Mechatronikerin bist du nicht nur in der Lage, mit einem Schraubenschuss umzugehen, du kennst dich genauso gut mit der Elektronik und mit neuen Technologien aus. Bei unseren wirtschaftlichen Ausbildungen und Studiengängen lernst du, wie Unternehmen und Märkte funktionieren und wie man von dir Geschäftsentscheidungen schafft. Du bist kommunikativ, neugierig und offen, Dinge neu zu denken und zu verändern? Dann bist du hier genau richtig! Kommen wir nun zum Studiengängen der IT-Fans. Die Möglichkeiten in der IT sind genauso individuell, wie du selbst. Sei es in der Entwicklung von Softwarelösungen, als Cyber-Security-Experte oder sogar als Schnittstelle zwischen IT und Business. Finde deinen Platz in der IT bei uns. Wusstest du, dass Siemens Helfeniers eigene Kaffeebars und Restaurants hat? Deshalb suchen wir Azubis, die sich für Gastronomie interessieren und Lust auf richtig gutes Essen haben. Für ein gutes Miteinander ist es uns wichtig, dass jeder so sein kann, wie er oder sie ist. Wir bieten allen eine faire Chance, egal ob mit oder ohne Behinderung und aus welcher Kultur. Uns sind unterschiedliche Meinungen sehr wichtig. Somit können wir auch Dinge anders angehen. Dann packen wir gemeinsam an. Komm ins Team Helfeniers! Wir freuen uns auf deine Bewerbung!